So, verehrtes Publikum, wir sind immer noch in der Zeche Karl in Essen. Die Gesprächspartner haben gewechselt. Unsere jetzigen Gäste sind Tiamat, auch aus Schweden. Es ist offenbar, dass du einen mystischen Sound möchtest. Das wäre ein gutes Beispiel für das. Was noch dazu inspiriert, wenn du die Musik schreibst? Ich denke, es ist alles. Was mich inspiriert, ist das Wetter und wie ich fühle. Ich fühle mich nicht nur musikalisch. Ich meine, du kannst mich durch viele Dinge beeinflussen. Nicht nur Musik, ich meine, Musik ist mein Leben, aber ich fühle mich durch Fußball. Ich meine, alles, du kennst. Der größte Influenz ist, wie wir als Menschen sind. Wir werden uns durch unsere Mühle geführt. Ja, ich bin depresiv. Ich weiß nicht immer, aber ich meine, es sind immer die depresive Gefühle. Die Gefühle kommen aus mir. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es weil, es sind die tiefsten Gefühle, die du hast. Ich wusste, auf dem neuen Album, deine Vögel, die verändert. Für mich, es war nicht so viel wie singen. Es war eher wie, du sagst jemandem etwas. Es ist wie, du sagst jemandem tales oder etwas. Ist das richtig? Es war eher die Gefühle der Lyrics, als es singen. Was hat da in Schweden passiert? Und ich habe gesagt, dass jemand, du sagst, die Wände, smashed die Wände, der Paradise Lost Boss, und all das, was passiert. Was ist das? Was ist das? Es war ein paar Fälle, die Fans von der Mühle fangen. Black Metal, die Leute versuchen, zu zerstören, für beide Paradise Lost und uns. Aber ich glaube, es war nicht so sehr, ich meine, wenn die Räume sind, es wird immer wieder schlimmer und schlimmer. Ja, so es war nicht so... Ja, vielleicht fünf, sechs Kinder, die versuchen, zu bekommen. Die Kinder haben für die Tickets geholfen, nur um den Show zu kommen und zu schreien, um die Bands zu tun, und ich denke, es ist ziemlich verrückt, um 20 D Mark zu zerstören, die Show zu tun.